Sooo, ok. Ja, ich lieg sie neben dem Grund, ich bin ja gleich da. Macht ihr so lange auf dem Basis-Deck-Match oder so, ich bin ja gleich da. Ja. Oh! Ja, ich hab dich gecounted. Ja, total. Ja, total. Hast du ein Glück, ey. Glück sagt. Oh, ich bin... Okay? Ja. Du kannst die... die... die Glocke und... du kannst an... 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 anpflanzen. Plus... sie gießen wieder, das ist cool, das ist cool. Ähm... Windzone. Loil. Loil. Das... das musst du sehen, ey. Bei mir schwebt der... der... dein... dein... deine Einheit durch die Gegend. Also, sie liegt nicht auf dem Boden, sie fliegt durch die Gegend. Ja. Die Tricks? Ja. Siehst du das auch? Nee. Bei mir fliegt die sogar oben... Auch krass. Bei mir fliegt die oben an den Bildschirm, also an die obere Kante. Deckt sich durch den ganzen Bildschirm. Ey, wie geil ist das denn? Zieh das mal durch... Kannst du es... Nee, kannst du ja gar nicht durch die Gegend ziehen. Ja, okay. Wie ein Luftballon fliegt die da so rum. Wie so ein Helium-Luftballon. Ey, wie geil ist das denn? Mir wird das Album von Miley Cyrus empfohlen. Album heißt Bangers. Bangers? Ja, heißt... mein series Album. Farid Bangers? Mit Z am Ende. Bangers. Lava. Ja, Mann. Ja, dann. Aktiv Feature mit Britney Spears drauf. Nelly. Future. Big Sean. Ah. Ludacris auch noch, ey. Ludacris vor Absturz, Mann, der Typ. Und Justin Bieber, jetzt noch Miley Cyrus. Ja, er macht Geld. Als Rapper kann man ja gar kein Geld mehr verdienen anscheinend. Deswegen macht er halt mit Popstars Geld. Also richtig Geld. Und dann noch Filme. Filme? Ja. Hands in the Air heißt das so. Hm? Bitch. Bitch. Miley Cyrus. Mit... Äh. 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 Das ist schon gut. Oh. Die Axt. Wachst ins Gesicht. Zck. Zack. 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 Merlogs... Merlogs. Merlog. Merlog. das war's ok was mache ich denn jetzt ich mache das so 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 in der mana the gate sorrow oh mache ich denn jetzt zack 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 dich glaub's ja nicht hier ein drittes habe ich nicht das kann ich dir versichern ja ich weiß oh 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 okay ich hätte den anderen angegriffen also den den hunter ne 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 einfach so weil der andere hatte eh keinen effekt und dieser hier hat zum beispiel hier schon hat zwei eins hat schon schaden kassiert ne der krieger hat karten die die funktionieren mit äh monstern die schon schaden gefressen haben die bekommen dann mehr damage zum beispiel oder so ja aber doch nicht im basis ja aber ich nur so das ist ja ok das sind der wo die 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 okay jetzt wird's haarig ich brauche irgendwo ein damage her auch nicht so eine dicke karte ist jetzt habe ich verloren ich ich brauche noch mehr als ein damage du hast doch noch zwei rüstung das stimmt ja kannst du noch verschnaufen oh Jo. Okay. Eine Runde abschaffen. Eine Zeit verschafft. Nee. Oh doch! Nee, nee, nee. Genau, passend. Weiß ich genau. Piu. Okay. 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 Es ist Slug an deinen Karten. Glaub ich auch, ey. Und da liegt Gruhl, der Drachenschlechter. Ja. Hey, wie haben die meinen Golem gekillt? Der Wichser, Shami. So ein Wichser. Ist so.